Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Geschäftsführerin des noch jungen, aber in der Region aufstrebenden, sichtbaren Lebensmittelnetzwerkes Foodnetz wurde heute entführt. Bekannt ist bisher nur, dass ein regionaler Akteur der Lebensmittelbranche den kostenfreien Eintritt in das Foodnetz fordert. Schön, dass wir uns endlich einmal persönlich treffen. Ich verfolge Ihre Aktivitäten mit Foodnetz jetzt schon eine ganze Weile. Doch jetzt mal ehrlich, was steckt wirklich dahinter? Wir haben zahlreiche Mitglieder. Fragen Sie doch eines dieser 20 Unternehmen. Das ist ein gemeinsames Projekt von Foodnetz. Gelita hat das erste vegane Geliermittel weltweit entwickelt. Wir waren die Ersten, die das auf dem deutschen Markt in die Supermärkte gebracht haben. Durch Foodnetz entstehen Kooperationen. Wir ermöglichen Kooperationen. Die Unternehmen finden sich bei uns, reden miteinander und beginnen miteinander Projekte, zum Teil sehr erfolgreich, jetzt schon. Für uns besonders wichtig sind die Arbeitskreise. Weil da kann man sich auf Augenhöhe austauschen. Und auf Augenhöhe heißt, auf der Problemhöhe, nicht auf der Unternehmensgröße, das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern jeder kann seinen Beitrag bringen. Der Mehrwert besteht ja im gegenseitigen Austausch. Das heißt, man hat eine Idee, man bekommt Ideen, man befruchtet sich hier gegenseitig. Es bietet als Plattform dieses Netzwerk vielfältige Möglichkeiten und Optionen. Wir können die Wertschöpfungskette verlängern, wir können Innovationen starten, wir können Sichtbarkeit darstellen und es wirkt. Wir hatten ja bereits den Erfolg, dass aus zehn Mitgliedern jetzt schon fast doppelt so viel geworden sind. Und es sind 20 Kooperationsprojekte erwachsen. Also ist Foodnetz ein Netzwerk aus klassischen Lebensmittelproduzenten? Nicht nur. Wir haben im Verein unterschiedlichste Kompetenzen und Unternehmen. Wir führen alle Unternehmen und Akteure aus der Foodbranche zusammen. Es ist wie im Fitnessstudio. Wenn sie nur ihren Beitrag bezahlen, aber nie hingehen, was bringt's? Gar nichts. Und so ist es auch bei Foodnetz. Wir wollen lebendige Unternehmen, aktive Unternehmen, die sich einbringen, die Vorträge halten, die Lust haben auf einen Unternehmensbesuch und die einfach auch die Werte, die wir leben, mitleben und unser Netzwerk noch weiter wachsen lassen und erfolgreicher werden lassen. Kommen Sie einfach vorbei und werden Sie Mitglied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017